Komm, krieg ich mal eigentlich einen Proc. Einen Proc, bitte. Nein, dann nicht. Schwere Rüstung, stärker Ausdörter. Ah ne, der hat da Epic an. Mein obermädchen, die da tankt. Warum geht der nicht runter und tankt die? Oh mein Gott, das wird im Tod. Ja, der hat irgendwer von unseren Leuten alles gepullt. Von unseren... Ich ja. Okay. Da ist noch einer. Da rechts sind auch noch welche. Einen stunne ich hier. Ja, gestunt. Mein Tank ist down. Ja. Ja. Ich bin voll mit Leben. Brauchst du auch ne Bubble? Ja, ist ne Bubble. Oh, Ello. Lebt deine Tussi noch? Ja. Ja, ich halte es egal. Ja, weil die da hinten Schaden bekommt. Von denen. Eieiei, Leute. Das ist grad nicht einfach. Grad Medikit reingezogen. Voll hinten. Boah, jetzt geht's down, du Mistvieh, Mann. Boah. Das ist ein Wahnsinnskampf, Alter. Das ist ein Wahnsinnskampf, Alter. Alter Schwede. Ja, man verpasst ja nichts. Wenn's leider nicht geht, da kannst du ja nicht zu, wenn Twitch so scheiße läuft bei dir. Genau. Das hast nicht nur du, das hab ich in dem Sinne manchmal auch bei Twitch, also... Oh, siehst du hier irgendwo einen Schalter, den man drücken kann? Äh... Hier rechts, glaub ich, war das. Ja. Ich kann hier gar nichts drücken. Ja. Abgeschlossen. Okay. Das war deine Klasse, Fressen. Sieht ganz aus, ja. Deswegen war die so schwer. Na ja, schwer. Ja, aber weil wir so viel gepulte haben, das war schon nicht ohne. Ja, das war schwer, ja. Aber schwer ist ja nicht. Nein, aber das ist alles gepulte. Leck mich am Arsch, ey. Aber so wurde es wenigstens noch mal spannend. Ja. So. Raus hier und in den nächsten Gebiet. Jawoll. Können die noch wieder looten? Wo ist er jetzt rechts grad aus? Okay. Machen wir! Machen wir heute alles! Alles! Hier wird alles down gemacht. Gleich hab ich Level up. Sehr schön. Hier vorne kommst du auch nicht rein. Doch, da ist für mich grün. Oh. War da vorne denn auch grün bei dir? Nein, da war rot. Okay. Upsala. Müssen wir noch gar nicht hier töten. Nein. Doch. Okay, dann können wir uns da auch durchschleichen, würde ich sagen. Ja. Weil genug gelevelt haben wir ja schon. Genau. Nein, 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 nein. Ja, ich hatte ja am Mittwoch wo, oder am Donnerstag ja versucht, Battlefield 4 zu streamen, aber irgendwas stimmt in meinem Programm nicht. Der nimmt meinen vollen Upscream nicht mehr. Keine Ahnung, was los ist. Deswegen gibt's heute Abend leider kein Battlefield 4. Ich muss... Leider nicht. Aber ihr könnt trotzdem bei uns auf dem Server mitjoinen. Also wir haben ja einen eigenen. Der früher der Metal of Forna-Server ist jetzt ein Battlefield 4-Server geworden mit 48 Slots und davon sind 2 Slots für den Commander-Modus und 2 Slots in dem Sinne, äh, dann 46 Spiel-Slots. Genau. Die Flotte mag verloren sein, aber mein Padawan und ich können die Imperialen aufhalten, während ihr euch neu formiert. Nein, ihr habt euer Schiff und wir haben selbst ein Paar. Ich will, dass ihr alle, die nicht am Kampf beteiligt sind und die Verletzten von Balmora fortbringt. Nachdem die Sache hier erledigt ist, ihr seid an der Segen, wisst ihr das? Ihr seid still und sterbt. Oh Mann! Vielleicht nicht in diesem Schlamassel stecken. Wir werden es nie erfahren. Ich habe Jedi, die mich unterstützen. Und die beste Rüstung, die die Balmora-Waffenfabrik jemals erschaffen hat. Ja, deswegen sieht's auch so scheiße aus. Wir können eure Flucht decken. Nein. Sehen wir lieber, was ein alter Mann für seine Truppen tun kann. Na dann. Na dann. Ist ja ein ganz gefährlicher Warmduscher. Ja okay, den können wir noch nicht töten. Okay. Erstmal den anderen Pisser. Ja. Kettenblitz. Bam. Du dein Reifst. Mal sehen hier. Bam. Ja jetzt bist du ja... Na geht irgendwie nichts rauf. Noch nicht, ne? Was ist los? Hat er zu viel, äh... Oh jetzt... Oh, ich bin gelähmt. Jetzt nehme ich ihn. Hä? Für was? Hä? Hallo, ich hab keinen Cast drauf gemacht. Ja. Ein guter Kampf. Ihr habt... Nun... Ihr habt etwas, das ich nicht mehr habe. Genug geredet, Abschaum. 101. Treffer mit meinem Lichtschwert und ihr sinkt als Leiche zu Boden. Das ist mir klar. Bitte wartet. Ich weiß, wie gern das Imperium die Beteiligung der Republik auf Balmora enthüllen möchte. Und zwar öffentlich. Ich kann die Wahrheit über die Invasion gestehen, wenn ihr meinen Leuten helft. Ich bin ganz ohr. Die Wahrheit ist doch offensichtlich. Ein ziemlicher... Genug... Gesinnungswandel. Die Wahrheit ist doch offensichtlich. Was ist mit dem stolzen und nachgiebigen Großmarschall geschehen? Jetzt gibt es nur noch uns. Ich muss keinen meiner Jungs mehr inspirieren. Lasst die Balmoraner und alle am Kampf Unbeteiligten gehen. Behandelt die republikanischen Soldaten fair. Als Kriegsgefangene. Helft ihnen. Und ich werde allen sagen, dass wir den Vertrag gebrochen haben. Ihr braucht euer Geständnis nicht. Ihr seid nicht in der Position, einen Handel vorzuschlagen. Aber genau das wolltet ihr doch. Wieso? Wieso nicht? Oh Mann, 21 nur! Ich bekomme ein Geständnis oder tausend Widerstandskämpfer und Waffeningenieure. Sie werden mir alles geben, was ich will. Und noch viel mehr. Das wird nicht schwierig dauern. Euer Imperium wird untergehen. Das schwöre ich. Trupp 815. Darth Lackris hat uns geschickt, um eure Position zu verstärken. Nehmt den Großmarschall fest. Wir sind erst einmal fertig. Verstanden. In der ganzen Fabrik wird gekämpft. Aber es sieht nach einem Sieg aus. Die Befehle lauten sich beim Außenposten zu sammeln, wenn ihr könnt. Ja, Lord Helmchen. Schieb ab. Ich finde den Film einfach geil. Ja. Äh, ne? Äh, schnellreise oder was? Gucke. Ja. Ja, wo möchtest du hin? Sprich, Melde, Bringen, Peilsender an. Geködert. Lass einen Quest. Äh, hab ich oder hast du? Hab ich. Na dann. Hab ich den nicht vorhin schon gemacht? Musst du hier vielleicht an das Schiff hier auch rein? Ich glaube, musste ich vielleicht noch runter. Komm hier endlich wieder runter. Über wie wir das gehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Laufen, ganz schön. Laufen, dann wirst du es sehen, Andi. Wenn die Quest noch nicht abgeschlossen ist, dann, äh, ja. Oh, warum laufen wir nicht einfach außen herum, hä? Oder gegner so. Oh. Boah. Loll. Kommt da gar nicht so mega Kanonen angeflogen. Irgendwie macht mein Tank ganz schön viel Schaden. Zumindest hab ich so das Gefühl. Ba-Boom, ba-Boom. Und? So, schau. Boah, Kettenbilds wieder nicht durchgekommen. Heute gar keiner anwesend irgendwie hier im Livestream. Es ist so leise heute bei euch. Oh. Habt ihr alle gesoffen am Wochenende oder was ist los? Habt ihr alle eine Milchparty gehabt? So viel Milch getrunken, ne? Alles so leise. Keiner schreibt. Auf der Ebene 1. Keiner mag uns. Keiner schreibt uns. Wir haben einfach keine Freunde. So, müssen wir jetzt hier was machen? Nö. Hier müssen wir auch nichts machen. Ah, da. Bring den Palsender an. Oh, mir juckt das Auge. Oh, ich sollte den Finger rausnehmen. Und dann? Was hast du denn jetzt gemacht? Oh, nichts. Nur eine Tasse gedrückt. Aha. Tidli, wir fahren jetzt zum Palmarsee. Ja, so einfach. Den sehe ich gar nicht. Wo du den anbringen sollst. Doch da. Ah, alles klar. Hatten wir letztes Mal eins vergessen, wa? Ne, den muss man eigentlich dann nachmachen. Geradeaus durch. Quer durch. Jetzt muss ich den Level abkriegen. Doch. Na, nö. Ich will nicht. Doch, ich ja. Und episches Teil. Epik. Ausdauer Willenskraft. Ganz toll. 18 Rüstung, 8 Ausdauer, 5 Wille. 5 Wille. Bedarf. Verschrotten war, wa? Na, ganz bisschen. Also, ist jetzt wirklich nicht der Burner. Ist epic. Das ist das, was zählt. Naja, ich hab auch epic. In der Hose hab ich epic. Jetzt soll ich grad sagen. Probest du mir den mal an, ey. Sag zumindest über meine Nachbarin. Oh, was Grünes für Andi. Springt heute gar keiner an auf unsere dummen Witze. Ausdauer, List und Verteidigung hat das Ding. Ausdauer, List, 22, 13, 610. Oh, Schrott. So, kannst du machen. Fertig. So, drei epic, ne, wie viele epic Teile haben wir jetzt gekriegt? Ich hab einen bei meinem Typen. Hab ich schon selber eins an. Eins müsste ich ja jetzt anhaben. Ja, und eins hast du. Sind schon drei epic Teile bis Level 22. Sind schon mehr, wie wir letztes Mal bis 95, ne, bis 90, ne. Ja. Bis, bis 85. 55 gekriegt haben, so. 55, genau. Wir sind ja nicht in WoW. Nein, wir wollen heute auch nicht über das Thema reden. Heute ist Star Wars Zeit. Genau. Aber trotzdem möchte ich immer darauf hinweisen, dass man später auf Olaf Warfighter, ne, Olafs Battlefield 4 Server uns hinterherjoinen könnte. Genau, wenn ihr Lust dazu habt und das Spiel habt. Genau. Hättet ihr herzlich eingeladen, mit uns mitzuzocken. Und wenn mein Programm wieder läuft, dann gibt es auch davon einen Livestream. Und ich hab gestern Abend nochmal probiert, irgendwie misst er nicht mehr höher wie 2000, Andi. Und damit kann ich Battlefield 4 nicht streamen. Ja. Und ich kann auch ruhig höher stellen, passiert nichts. Keine Ahnung, also. Aber mein Upstream stimmt ja, weil ich lade ja jeden Tag Videos hoch. Also daher. Doch, wo ist das nächste Epic-Loot? Epic! Oh, wenn ich da durch die Lüfte fliege. Alles klar, weiter geht's. Kannst du mal deinen Typen stellen, dass ich was lernen kann? Ja, warte noch eine Sekunde, dann hab ich auch Level Up. Okay. Machen wir so. Ach, da steht einer. Oh, sag das doch. Siehst du den nicht? Hab ich nicht drauf geachtet, wenn ich grad ganz ehrlich bin. Und Level Up. Geht's it? Uhuh. Aus Tor, Wille und Verteidigung. Bäh. Ja. So, jetzt kannst du skillen und diesen Typen. Yippie! Was haben wir denn? Pine. Na, ganz toll. Für Heiler. Durchschlagende Blaster. Machtverlangsung. Schütterungsrakete. Verursacht 192 und 210 kinetische Schaden und reduziert das Bewegungstempo des Ziels 6 Sekunden lang um 50%. Hört sich nicht schlecht an. Und Prügel. Ja, heute scheint irgendwie... Haben wohl alle noch einen dicken Schädel von der Milchparty gestanden. Deswegen schreibt wohl keiner heute. Ja, hier ist heute Toto Hose. Oh, ich glaub ich hab jetzt einen Stun bekommen. Echt? Probier den mal grad aus. Ja, dann probier mal. Ja. Ja. Hüllt für eine Minute. Kettenblitz! Hier, das ist nur noch 75. Sehr schön. Ja gut, das spielt ja eh keine Rolle. Man... Stopp! Man stunnt die Leute ja, wenn sie... Ausdauer, Willenskraft. Angriffskraft. Ja, ich tausche jetzt auch grad meinen Epic aus. Oh, Alter hier. Was? Wir haben gesagt, dass hier heute keiner schreibt, dass hier heute Toto Hose ist. Guckst du hier rein? Nein. Oh, hier steht, dass du dir eine Quest hast. In die Grube. Komma 305. Ah, halt. Jetzt. Ich musste mir so ein Zeug spritzen. Nur guck an. Worum sind die Leute da? Die sind noch draußen. Nur mal rufen. Äh. Einfach wegschicken. Oder den anderen rufen. Und dann nochmal den gleichen rufen. Jetzt hat's geklappt. Wunderbar. Hier geht's aber... Hilfe runter. Überlassen Sie alles mir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Viecher. Skidders. Wer kennt das noch? Skidders. Die stinken doch. Die sind auch nur Level 18. Also langsam wird Zeit, dass wir uns hier verpissen. Ja. Ich überlege gerade, was passiert, wie wir überhaupt noch wieder rauskommen. Wo wir hochspringen können. Ja. Abwarten und Tee trinken. Oh, wieder falschen Klopf gerückt. Ah, Feuer magst du doch. Ah, ah, ah. Vielleicht haben wir ganz, ganz was anderes an, wie der bleibt. Und drei von zehn. Na, ah, geht nicht. Bin drinnen. Bin drinnen. Ja, jetzt geht's. Oh, da hinten noch der Viech. Ja. Hä? Das ist ein eingebuddelter Sack. Was für ein Mädchen. Sag, du magst doch ein bisschen auch Feuer, ne? Ja, guck mal hier. Brennen, brennen, brennen. Sehr schön, sehr schön. Leider scheinen hier irgendwie ein bisschen verpackt zu sein, kann das sein? Ja. Ah, hier rein. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Ja, da ist er. Lol, absorbiert. Hat grad mein Kettenbilds absorbiert. Nice. Der Penner. Warte mal kurz, imz. Fünf Euro. Ich muss hier Hitze abbauen, ne? Das geht ja gar nicht. Ich kann nix machen. Wieso schreibt niemand was? Was? Wieso schreibt niemand was? Was? Oh, jetzt hab ich's verstanden. Ha, 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 ha.